Obwohl ich ihn auch noch nicht sehe, aber ist egal. Gumm, genau mehr PC! Nein! Loll, die 10! So! So! So, Juri! Juri, hast du die Waffen an? Ich habe alles richtig an! So! 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 4 4 Hast du Loot umgestellt? Ja, hat er 5 5 6 11 12 12 14 14 15 15 15 15 14 15 15 15 18 18 18 19 18 18 19 20 20 Jetzt komm. Und wann würdest du Flinkheit haben? 4 mit dem 2? Gleich, jeden Moment. 4? Nee, ist die... Ah doch, lol. 11? Okay, Flinkheit? Boah. Geh. Schild auch raus. Hau einfach alles raus. Hau mich. Zerholding. Und dann geh Chaos. User left your channel. Ähm, Alice, hau dann 4k raus. Der Darnis, kannst du vielleicht anders aufheben? Ich hab Gegengeschön, warte. Okay. Damage, Damage. 4, 4, 4. Alice, hast du denn... Ist raus, ist raus. Ja, okay, gut. 3k ist auch draußen. 4. Hab ich gehört. Bin drin. Bluten, Leute. Und... Ist nichts drin. Also... Brust. Doch, dann hast du die Brust. Ja. Können wir dir gleich handeln. Nee, dann. Go, go, haut die kaputt. Hau die kaputt. Kein Wahner mehr. Mit Meinem Target. ma eins am Besten. Ist das das, wo auch ich jetzt grade ergrimmt? Nee. Oke. Oli, wo zu Kette? Na, Cuad, Dein. Hir im Konto. Ja, schön. Luki, warum warst du im 4 beim letzten Mal? Weil ich einen Ausdruck echt mehr ready hatte. Ich habe das alles für den Rest aufgehoben. Für das davor habe ich alles verbraucht, meine ich. Ne, war in Ordnung. Ah, dieses Soul Purification ist echt scheiße, wenn da mehr als zwei Leute drin sind. Du musst das dann neunmal inspellen. Da hast du überhaupt keine Chance, da alle überleben zu lassen. So 4,5 Sekunden. Ja, das ist Wahnsinn. Aber wenn... Bitte? Sag mal, wenn ich mal ein Z-Foller aber trotzdem die ne orange Hose steht. Hast du jetzt ein Z-Foller? Oder wie, äh... Chora?